so wir starten gerade kapitäne der verdammten aus der disney quest es geht los Die Frau hat mir erzählt, dass wir uns auf diesem Meer von Thäden haben, auf dem wir uns befinden. Es scheint, dass wir hier nicht wollen, wenn wir hier leben wollen. Unless, natürlich, es geht weiter in dem Meer des Darmes. Ja, ich habe gesagt, Mr. Gibbs, dass der Meer oder der Darmes ist ein Ort, aber die Leben sind diejenigen, die dort leben. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Jacks Kompass aufnehmen. Okay. Das stimmt. Okay. Ich. Naja, eben das seine. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, ja. Der Humor wird mich schlafen. Das ist das. Wir sind alle auf dich, um Jack zurückzubringen. Der Humor gibt's. Okay, interessant. Gut, muss ich hier noch irgendwas machen oder so? Oh. Okay, also das hab ich wohl abschließen müssen. Interessant. Gut, das ist jetzt nur so Basic-Zeug. Da ist nichts mit einer Quest zu tun. Hier muss ich jetzt aber nichts mehr machen, so wie es ausschaut. Nö. Ah ja, der Teil ist aufgegangen. Ich hab gar nichts hinkriegt. So, dann machen wir mal hier Anker hoch. Wunderbar. Wunderbar. Und Nidor. Kurz schauen, wer sonst noch unterwegs ist. Oh, da hinten ist eine Galli gewesen. Tatsache. Die ist bei Port Merrick. Hat gerade angehalten bei Port Merrick. Das wär interessant geworden. Gut, wir haben auch andere Missionen jetzt. Konzentration. Konzentration. Jetzt sind wir gleich da. Boah. Wie ist das Kapitän in der Verdammten? Okay. Bin ich mal gespannt. Das spät. Wie ist das? Wie ist die Räne? Wie ist das? Seit Monkey Island schaue ich immer nach gegnerischen Schiffen hier. Oh, da liegt irgendwas im Wasser, okay, wir dümpeln da so hin, das sind fast alles dieselben, das sind dieselben Charaktermodelle. Schon wieder, scheinen fast alle gleich aus, man sieht hier genau das Fenster, das ist interessant. Was? Wo? Ah, what? Ja, jetzt sind sie weg. Hm. Hat keiner getackt auf mein Schiff. Ah, warte mal, hier. Lol. Lol, 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 lol. Ich hab mir die Quest abgebrochen. Ach, wer, ach wer. Okay, ich start nochmal. Warte. Ich kann das gar nicht starten, oder? Ich hab schon gestartet. Ich müsste jetzt hier hinsegeln. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ich glaube nicht, dass ich in die Sea of Seas zurück muss. Also, ich kann gerne dahinter segeln, aber das einzige, was es hier als Ziel anzeigt, ist, glaube ich, die Schnitterruhe. Und hier ist kein Durchgang. Warte mal, ich lese mal einfach mal die Quest. Warte mal, ist da irgendwas für die Quest? Mhm, 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 mhm. Gut. Die Pearl, okay. Die Pearl, Tartuga. Okay. Raubzug auf Isla, Tessoro, okay. Das ist jetzt alles spezifisch auf den Werdegang in der Quest. Ja. Okay. Ich werde mal die Quest abbrechen. Und nochmal starten. Ich glaube nicht, dass das stimmt. So, äh, kann ich den in der Verdammten und los. Gut. Muss ich bloß den Kompass annehmen und dann folge ich gleich los. Ich sehe die Dipps und Fizz, die hatred die unter den Wäben. Das ist nicht einfach. Aber in der Dunkelheit, hast du ein Herz der Black Pearl. Eine Loyal Kruppe. Mr. Gibbs. Mr. Gibbs. Du bist nicht mehr mein einzigen Geist. Ah, wir treffen uns wieder. Diese schöne Frau hat mir erzählt, dass wir uns über diese Sea of Thieves gefunden haben. Ich finde tatsächlich, dass in Sea of Thieves wirklich extrem viel Abenteuer gibt. Also, es gibt immer irgendwas zu erleben. Du konntest immer irgendwas machen. Es ist vollgepackt mit, äh, Erlebnissen. Jedes Mal, wenn du dich einloggst. Ist immer noch mein Lieblingsspiel. Ja. 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 Der hat einen sehr coolen Akzent, finde ich. Haben es damals gut gemacht mit dem Film. So. Den brauch ich. Gib ich mir. Hier. Ciao. Den geb ich nie wieder her. Muhahaha. Schnell weg. Oh. Lol. Okay. Dann eben Server Merch. Oh. Oh. Mal klein. Eine, außer ein guter địidgeimes Tages. Ja. In der dritte Partos Das haben sie anscheinend beachtet Bei der Programmierung Schauen wir mal schnell Was ist hier so los Ich bin immer mega neugierig Wenn ich auf einen neuen Server komme Ob irgendwelche Reaper unterwegs sind Und was für Level die haben Aber nö, nix los Da habe ich gestern Abend noch Eine Brixi Quest gemacht Ich habe gestern 75.000 Gold Für einen Brixi Schädel gekriegt Total krass Total krass Also Ich würde nur empfehlen Brixi zur Zeit am Wochenende machen Ist mega Ihr seid normalerweise Alleine mit der Quest Ich habe es schon lange nicht mehr erlebt Dass ihr angegriffen werdet Bei sowas Und 75.000 Gold Für ungefähr 20 Minuten Arbeit Oder 25 Minuten Ist schon Sehr gut So Hallo Hallo Bitte. 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 Das machen sie später wirklich, gell? Über die Planke, über die Planke. Also hier ist keine Planke, aber es ist praktisch dasselbe. Auf der Galli gibt es eine Planke. Jetzt kommt da gleich Gesellschaft hier unten und auch hier oben Westreich. Jetzt sind zumindest mal ein paar verschiedene Charaktere, aber das sind wieder alles dieselben. Hier ist ein anderer, vier von fünf sind gleich. Guter Scheinwerfer hier. Ach das ist ja ein Leuchtturm, jetzt sehe ich es erst. Bei dem Leuchten waren wir noch oben, oder? Warte mal, da oben ist noch keiner. Nee. Okay. Dead man, tell no tales. Dieses! Mach mal das Licht aus. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, jetzt hat es funktioniert. Da sind wir. Machen wir mal das Siegel hoch. Aber warte mal. Bist noch ein bisschen weiter fahren, glaube ich. Mhm. Der flüsternde Sumpf. Ja, Kapitäne der Verdammten. Okay. Lenkst du? Ja. Dacht mir mal, ich lenke jetzt mal nach links. Da ist mir irgendwas helles. Da brennt Licht, ja. Ja. Bei rechts drüben brennt auch Licht. Ja. Ja, ich weiß nicht genau, ob es wirklich gewollt ist, da anzulegen. Hm. Links ist eine Laterne. Hm. Stimmt, du hast recht. Nach rechts, nach, nach. Hinter die Insel. Oh, da vorne ist irgendwas. Wasser. Also. Pflanze. Pflanze, ja. Gut, dann fahr ich mal hier so leicht rechts. Ja. Pflanze, ja. Pflanze, ja. Ja. Pflanze, ja. Ja, ja.